Die Headlines des Tages. Erneute Flüchtlingstragödie im Mittelmeer. Regierung bekämpft Sozialleistungsbetrug und gewaltiger Gewinneinbruch bei der Föstalpine. Immer wieder werden vor der italienischen Insel Lampedusa Flüchtlinge wie hier auf den Bildern aus dem Meer gerettet. Nun sterben 41 Menschen bei einer neuerlichen Flüchtlingstragödie. Ein Boot war von Tunesien in Richtung Italien aufgebrochen und auf offenem Meer vor Lampedusa gekentert. Lediglich vier Menschen überlebten. Der Rest wurde in den Tod gerissen. Nur 15 Migranten an Bord des Bootes hatten Schwimmwesten an, aber sie ertranken trotzdem. Weder das unter maltesischer Flagge fahrende Frachtschiff Rimona, das die vier Migranten gerettet hatte, noch Patrouillenboote der italienischen Küstenwache haben Leichen entdeckt. Das liege daran, dass die vier Überlebenden in einiger Entfernung vom Ort des Unglücks gerettet wurden, erklärten die Behörden. Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise wollen die Amazonas-Anrainerstaaten beim Umweltschutz enger zusammenarbeiten. Erstmals seit 14 Jahren kamen die Staats- und Regierungschefs der Amazonas-Länder am Dienstag in Brasilien zu einem Gipfeltreffen zusammen. Es war nie dringender als jetzt, diese Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen, sagt Brasiliens Präsident da Silva zu Beginn der Konferenz in Belém. Der Gipfel soll eine ehrgeizige Erklärung bringen und politische Vorgaben machen, die die Länder in den kommenden Jahren umsetzen sollen, heißt es aus dem brasilianischen Außenministerium. Brasilien selbst hat versprochen, die illegale Abholzung im Amazonas-Gebiet bis 2030 völlig unterbinden zu wollen. Rund 60 Prozent des Amazonas-Walds befinden sich in Brasilien. Etwa ein Fünftel des Waldes ist bereits vernichtet worden. Seit fünf Jahren bekämpft in Österreich die Taskforce Sozialleistungsbetrug eben solche Fälle. Heute wurde Bilanz gezogen. Die Sonderkommission, bestehend aus Finanz- und Kriminalpolizei, haben im ersten Halbjahr Fälle mit einem Schaden von 14 Millionen Euro aufgeklärt. Das ist fast so viel wie im gesamten letzten Jahr 2022. Weil eben, weil es notwendig war, auch der Kontrolldruck entsprechend erhöht wurde, damit das System auch gerecht bleibt. Seit bestehender Taskforce wurde eine Gesamtschadenssumme von 89 Millionen Euro ermittelt. Allein im ersten Halbjahr 2023 waren es sogar 14 Millionen, wobei 72 Prozent der verdächtigen Ausländer waren. Die Wiener Ärztekammer will für ihren schon präsentierten 10-Punkte-Plan zur Rettung der Wiener Spitäler mehr Aufmerksamkeit schaffen. Erreichen will man das mit einem rund halbstündigen Video, in dem die Vorschläge von Medizinern und Medizinerinnen vorgetragen werden. Die Situation in Wiens Spitälern ist nicht länger hinnehmbar. Operationen werden verschoben, Betten werden gesperrt und die Arbeitsbedingungen führen zu einer Flucht von Ärztinnen und Ärzten aus Wiens Spitälern. Dies alles geht zu Lasten der Patienten, die nicht mehr in der von ihnen gewohnten Qualität versorgt werden können. Es braucht daher dringend Maßnahmen, um Wiens Spitäler zu retten. Konkret fordert die Kammer etwa Bleibe- und Rückkehrprämien, höhere Gehälter, die Anrechnung aller Vordienstzeiten und Zulagen für Mangelfächer. Politische Reaktionen habe es auf den Plan noch keine gegeben. Der Stahlkonzern Föstalpine muss einen gewaltigen Gewinneinbruch hinnehmen. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr sagte der Gewinn im ersten Quartal nach Steuern von 615 auf 218 Millionen Euro ab. Vorstand Herbert Eibensteiner betont, dass man sich hier mit dem stärksten Quartal der Firmengeschichte misst. Demnach sei der Einbruch nicht völlig überraschend. Der Öl-, Gas- und Solarbereich entwickelt sich gut. Solide zeigen sich die Bereiche Automobilindustrie, Bahninfrastruktursysteme und der Luftfahrtsektor. Der Konzern fühlt sich für die Zukunft gut aufgestellt. Unter der Prämisse keiner massiven wirtschaftlichen Verwerfungen ausgelöst von der Zinspolitik der Zentralbanken sowie der Annahme keiner weiteren Eskalationsszenarien aus dem Ukraine-Krieg oder zusätzlicher geopolitischer Spannungen erwartet der Vorstand der Föstalpine AG für das Geschäftsjahr 2023-2024 ein EBITDA in einer Bandbreite von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Die Föst beschäftigt weltweit rund 51.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.